Kurz und knackig erklärt, was ist Amylase? Amylase ist ein Begriff für Enzyme, die wir beim Maischprozess brauchen, damit aus den Kohlehydratketten Zucker entsteht, Malzzucker, den wir ja brauchen, dass die Hefe daraus Alkohol vergeben kann. Also Amylase sind die Helfer beim Maischprozess. Kleine, unsichtbare, aber ganz wichtige Enzyme, die wir in der richtigen Temperatur arbeiten lassen, damit der Maischprozess auch richtig gut wird. Super, habe ich verstanden.